Hallihallöchen, willkommen zurück bei Starfields. So, wir müssen zurück. Wir haben das eine Artefakt gefunden. Artefakt! Artefakt! Ich würd eigentlich gerne auch mal wieder Sachen verkaufen gehen dann. Weil wir sind ja eh wieder voll. Äh, von wo kam er denn? Ich hab mir verlaufen! Drum kann ich nichts kaufen! So, raus hier! Wahrscheinlich kommen jetzt eh welche. Um uns aufzuhalten. Wieso ist denn hier Giftgas? Habe ich so ein Gefühl, dass da jetzt... ...Gegner landen. ... 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 wegfliegen. Und zwar zum Verkauf irgendwo. Wiederholt sich so ein bisschen, wiederholen sich die Planeten und Aufträge, ne? Das ist so ein bisschen hm. Aber alles gut, alles gut. Ich arbeite an der Geschichte der dekoriertesten Mitglieder der Konstellation. Dazu spreche ich einfach deinen Namen. Fünf Stunden lang auf einem Slate. Oh, Backe. Nein, ich mag ihn. Das Alpha Centauri jetzt, ne? Es war das Alpha Centauri. Ja, ja, ja. Die Loge war es jetzt nicht. Ach, das haben wir ja auch noch, ne? So, wir müssen erst mal Sachen verkaufen, weil sonst, äh... Organische Ressort werden aus Pflanzen und Tieren gewonnen. Igitt. Aber macht, äh, Sinn. Macht Sinn. So, ich warte übrigens immer noch. Das ist jetzt ein neuer Tag. Also, ne? Ist der... Der 28. Ich warte übrigens immer noch auf die Freischaltung. Auf die Freischaltung hier, äh... Von dem Handy. Ich werde da jetzt gleich nachher mal anrufen. Das... Nervt mich ein bisschen. Ich hab mich oft gefragt, wer wohl dafür sorgt, dass die Loge immer so sauber ist. Sag's, wenn du Ideen... Ich dachte, ich würde die Lage verstehen. In der Überzeugung... Ist es das... Ach ja? Das wäre etwas. Und... Ich weiß nur eines... Naja, gut. Artefakte, Artefakte. Pass auf dich auf! Jo, danke. Wo sind die anderen alle? Hab die Strichliste im Kopf abgehakt. Oh. So viele Knie. Hab einen gefunden. So einfach wie eine Nadel im Heu auf. Wird nur nicht so aufgeblasen. Gebt genug Egos in der Constellation. Jo. Werden wir machen dann, klar? Vielleicht sollte man auch mal irgendwo pennen gehen. Ach doch. Ja. Ach was. Richtig. Von einem Planeten mit drei Bewohnern zu dem hier zu wechseln, wird viel Geduld und Vertrauen erfordern. Das steht fest. Du schaffst das. Die ist toll. Sowas habe ich noch nie im Leben gesehen. Nicht mal auf Mamas Bilder-Slates. Das ist fast wie... In einem Märchen. Ach ja. Als wäre es nicht real. Es ist real. Das klingt bestimmt total dumm, aber... Hey, ich habe in einem Haus aus kaputten Raumschiffteilen und Bäumen gelebt. Eben. Ja, ein bisschen. Der Planet war das einzige Zuhause, das ich kannte. Ach. Es klingt irgendwie komisch, aber es fühlt sich an, als hätte ich meine Familie zurückgelassen. Eine schwere Entscheidung. Aber du und Sarah, ihr hattet recht. Ich musste mich verändern. Und eines Tages, wenn ich alt genug bin, kann ich den Planeten ja einfach besuchen. Ja, genau. Na ja, in der Loge sind keine anderen Leute in meinem Alter. Also wird das schwierig. Noelle ist ziemlich nett. Sie meinte, sie würde mir was über Wissenschaft beibringen. Also da weitermachen, wo Mama aufgehört hat. Ja, sie ist immer. Außerdem ist es mir egal, ob ich Freunde finde. Du und Sarah, ihr seid die einzigen Freunde, die ich brauche. Ach, wie lieb. Liebes Kind. Liebes Kind. Auf Wiedersehen. Jo, ciao. So, ich würde gerne irgendwo mal pennen. Ein bisschen Zeit rumkriegen, ne? Das sieht nicht nach zum Pennen aus. Das sieht nicht nach meinem Bett aus. Ah, hier kann ich pennen. Hä? So kann ich nur eine Stunde schlafen. Ich wollte lieber für... Ah, so jetzt geht's. Ich habe gar nicht geguckt, wie spielt das jetzt hat. Ach, doch hat man. Da steht die lokale Uhrzeit. Hast du, äh, ein Medi-Pack? Ich habe mir etwas gezerrt. Das kann schon mal vorkommen. Also warte, wir pennen am Anfang nochmal eine Runde. Das Zimmer werde ich nie wiederfinden, ne? Äh, drei, äh, vier. Vier, fünf, sechs, sieben. Ja, so. Das sind drei lokale Stunden. Hm, na gut. Jetzt müssten sie ja mal alle wieder wach sein. In der Hölle hast du das alles gelernt. Was? Sag jetzt nicht näher. Was haben wir denn gemacht? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Hier ist eh keiner. Ja, 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 ja. Ich verstehe immer noch nicht, wie du diese Macht nutzt. Tja, ich auch nicht. Oh, jetzt müssen wir mal eben kurz warten, ey. Sonst, ähm. Nope. Jetzt gucken wir mal wieder. Das war's für heute. Das war's für heute. Nein. So, lass mal gucken. Achso, verkaufen. Moment. Die ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Das war's für heute. Was hab ich denn jetzt eigentlich für eine Waffe? 52. Okay, die macht eh na... Die schade... Die macht 128. Ne, oh, da warte mal. Da ist ein bessere Anzug. Den müssen wir gleich mal... Den müssen wir gleich mal anziehen. Der ist schlecht. Der ist schlecht, der Helm. Der auch. Kleidung. Der bringt gar nix. Der bringt auch nix. 20. 10er Energie. Ne. Verkaufen wir. Ressourcen. Blei brauchen wir jetzt eigentlich nicht, ne? Blei hat keinen Wert hier. Das ist aber... Aber traurig. Voll schwer, aber keine... Ja. Eisen lassen wir mal. Nickel brauchen wir auch. Achso, der hat gar keine Kohle mehr. Mist. Mist, ey. Wir sehen uns. Ja, vielleicht. Bin schon wieder auf Toilette. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ich musste mal eben ganz kurz einmal pausieren, weil sonst wäre ein Unglück passiert. Wäre der... Wäre der Stuhl nass geworden. Ziemlich. Da wäre der Stuhl ziemlich nass geworden. So, warte mal. Mast District würde ich eigentlich gerne. Warte mal, dann können wir nämlich bei den... Bei den anderen da noch Sachen verkaufen, ne? Warte mal, Mast District, oder? Oder war ich da jetzt falsch? Ja, das habe ich öfters. Oh, oder? Ne, ich bin, glaube ich, falsch. Shit. Äh, warte mal, Map. Dann war das G, glaube ich, Oberfläche. Wohnsitz. Geschäftsdistrict. Wir sind jetzt im Mast District. Rambler 2 ist hier. Wo war denn das? Was im Geschäftsdistrict? Ne, da sind wir ja. War es doch bei... Bei... Beim Rambler? Aber ich will nicht direkt in den Rambler. Ich möchte nicht direkt ins Raumschiff. Ich will nur Sachen verkaufen. Echt? Einen Antrieb anwerfen? Oh. Na toll. War ja klar. Da war's für dich? Ja, danke. Was hast du denn? Ich bin für dich da, Schatz. Willst du mein Zeug sehen? Ja, klar. Ja. Ja. Die ist aber gar nicht mal so schlecht. Die ist schlecht. Ich bin wahrscheinlich total hoch. Lass uns doch später weiter reden. Äh. Warte mal. In die Richtung müssen wir. Ja. 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 Willst du irgendwas abladen? Nee, nee. Will ich nicht. Wie und Wohlfurch verkaufen? Äh. Begängig. Reach auch nicht. Ja. Die auf jeden Fall. Die auch nicht. Die auf jeden Fall. 59. Warte mal. 181. Achso. 109. Ah, okay. Äh. Äh. Okay, wir brauchen... Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der automatische... Ja, ja. Äh, I? Hallo, ich hab gedrückt. Wir haben gerade mal 32.000. Gleich hier. Ja, ja, ja. Ja. Du wirst beim Betreten der Stadt gescannen. War das hier bei UC? Nein. Nein. Ich hab' den hier verkauft. Ja, ne? Ne, bei den... Konnten wir bei den verkaufen? Ah, hallo. Das verstehe ich völlig. Okay. Äh, er war's nicht. Mist. Äh. Ich muss mir echt mal irgendwo merken, wo ich alles verkaufe. E sure, roter. istem... Was ist das? Was ist das? Wir müssen ja ein bisschen verkaufen, ey. Taschen sind ja voll bis oben hin. Du hast ein paar feindliche Lager vernichtet, heißt es. Es müsste mehr Leute wie dich im Universum geben. Danke. Ich persönlich darf leider keine Termine vergeben. Ah, okay. Ja, gleich. Da ist er doch. Die verkauft er Sachen, das weiß ich doch. So, sie hat auch Kohle, das ist gut. So haben wir denn so viele Waffen. Die ist eh kacke. Verkaufen, Mann. Jetzt habe ich mir eine Scheißwaffe gekauft. Ich wundere mich noch. Warum habe ich denn so viele? Kupfer braucht man auch nicht, ne? Ja. Genau, das sage ich auch immer. Äh, süße. Hallo, Sonnenschein. Ja, lass uns Ausrüstung tauschen. Brauchst du jetzt gerade gar nicht, weil ich würde gerne die Sachen von dir wegnehmen. Ähm. Ressourcen. Du hast Aluminium. Ich nehme alles an mich und dann bin ich gleich eh überladen. Aber das ist nicht, ja, ja, ich möchte alles nehmen. Nein! Dann zeig mal hin. Hä? Hab ich da jetzt... Hast du was für mich? Ach, jetzt habe ich der alles weggenommen. Äh. Äh. Bin ich doof. Der ist natürlich kacke. Ja, der war natürlich doof von mir gerade. Aber okay. Okay. Ich vermisse dich schon jetzt. Ja, 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 ja. Ich vermisse mich auch. So. Äh. Quatsch. Was war denn das, was wir nochmal brauchten für den einen? Äh. Nee, das waren nicht Geheimnisse des Fraktionen. Nee, sonstiges. Kraft aus dem Wesen. Erst Kontakt. Äh. Lithium-Eisen-Dichtmittel. 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 Ja, ja, ja. Lithium-Eisen-Dichtmittel. So. Ressourcen. Das kann weg. Das kann auf jeden Fall weg. Das kann auch weg. Ich bin am Kaufen wieder. Alter. Das ist manchmal so mäßig. Das kann auf jeden Fall weg. 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 Das ist halb. Ja, ja, natürlich. Bitte. Kuh verkaufen. Ich bin ja immer noch schwer. Ja. Was habe ich denn da jetzt noch, was so schwer ist? Na gut, das andere können wir alles ihr geben dann. Morition. Die ist schlecht, zack. Ja gut, der Cutter. 175 Schuss. Ach, komm weg. Macht mir nix aus. So, warte mal. Fasern, okay. Lass uns Ausrüstung tauschen. Ja, sollst du. Warte mal. Inventar. Ressourcen, die kannst du nämlich tragen eigentlich, liebe des Lebens. Dann werde ich nämlich ein bisschen leichter. Ich zähle die Minuten bis zu unseren... Ja, ja, ich zähle auch so viel. Warte mal, ich habe da irgendwo noch Kleinkram. Also das... Ja, 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 ja. Ich will hier den Rest auch noch loswerden. Das wird eine lange Folge, Mann. Äh, achso, hä? Achso, verkaufen. Sonstiges hier. Spielzeugrakete, die braucht keiner. Den Becher braucht keiner. Ist zwar nicht mega schwer, aber total unnötig. So, ähm... Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao mit V. Jo. Alles klar, ciao.